Was interessiert mich Ihre Blase? Was Neues von Lisa? Wilde hat gerade angerufen. Lieschen ist in Sicherheit. Sie meinen Lisa? Ist sie bei Wilde? Nicht im Wald. Sie ist bei Danny Wilde. Ich verstehe überhaupt nichts. Sie haben meinen Wagen, sie haben mein Geld, sie haben meine Tochter. Ich verbitte mir Ihren verklemmten Humor.